So Leute, heute soll es hier mal wieder um eine weitere Aufgabe gehen und zwar wurde eine geheime Aufgabe geleakt. Da müssen wir nämlich 5 Honigtöpfe finden und wo die sich ganz genau befinden, werde ich euch natürlich wie gewohnt gleich zeigen. Lasst davor gerne ein Like da und auch ein Abo da, falls ihr neu da seid, würde mich sehr sehr freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Wir müssen jetzt erstmal hier durch diese geheime Tür reingehen, denn da unten befindet sich so eine Art Disco und da können wir auch dann so eine Karte sehen mit den ganzen Honigstandorten. Ganz genau hier müssen wir einmal drauf gehen und jetzt müsst ihr oben links genau TAD Angriffspläne gefunden. Die haben wir jetzt schon mal gefunden und ganz genau hier sehen wir auch 1, 2, 3, 4, 5 Honigorte und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Ihr müsst ganz genau hier reingehen. Das befindet sich hier auf der Karte und jetzt zeige ich euch mal die ganzen Honiglocations. Der erste Bienentopf befindet sich hier in der Nähe von Holy. Das Ganze werde ich euch mal gleich auf der Karte markieren. Ganz genau hier müssen wir halt einmal verbrauchen. Das steht dann auch oben links für die Bären. Einmal ganz genau hier auf der Karte. Ich glaube das ist hier sogar der Zapplerteich, bin ich mir aber gerade nicht sicher. Beim Baum einfach einmal einsammeln und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum zweiten Ort. Der zweite Ort wäre dann hier in der Nähe von The Agency. Einfach mal hier ganz kurz landen, verbrauchen. Dann habt ihr schon mal den zweiten Honigtopf gefunden. Das Ganze befindet sich ganz genau hier in der Nähe von The Agency. Ganz genau hier auf der Karte zwischen den zwei Bäumen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum dritten Ort. Der dritte Ort wäre dann hier in der Nähe von Frenzy Farm. Das Ganze markiere ich euch wie gewohnt gleich auf der Karte. Einmal hier ganz kurz wieder einsammeln. Dann haben wir schon mal drei von fünf. Das Ganze befindet sich ganz genau hier bei diesem Baum in der Nähe von Frenzy Farm. Und was ist das hier? Ich glaube die Tankstelle, oder? Ich glaube schon, in der Nähe von der Tankstelle bei diesem Baum. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum vierten Ort. Der nächste Honigtopf befindet sich hier beim Obstgarten. Wir müssen einmal hier ganz kurz landen. Einmal hier geradeaus weiter. Und irgendwo hier müsste eigentlich jetzt der nächste sein. Oder? Eigentlich müsstest du jetzt hier sein. Hä, wo bist du? Oder bist du hier? Also eigentlich müsste der hier irgendwo sein. Ah, ich habe ihn. Perfekt. Also nochmal von vorne. Wir gehen von hier rein. Ganz genau von hier. Gehen ganz genau hier geradeaus. Und da sehen wir auch schon direkt die Nummer vier. Ganz genau hier. Einmal verbrauchen. Haben wir schon mal vier von fünf. Und das Ganze befindet sich ganz genau hier bei diesem Baum. Fast in der Mitte. Doch, ich würde schon sagen in der Mitte vom Obstgarten. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum letzten Ort. Der nächste Topf befindet sich hier in der Nähe von Pleasant Park. Einfach einmal hier wieder ganz kurz landen zu dem Baum. Und da unten sehen wir auch schon den letzten. Ich bin gespannt, was passieren wird, wenn wir alle fünf eingesammelt haben. Vielleicht bekommen wir irgendwas. Und verbrauchen. Was bekommen wir jetzt? Für die Bären. Ja, okay. Oh, wir haben 40.000 EP bekommen. Und das für eine relativ einfache Aufgabe. Okay, das Ganze befindet sich ganz genau hier bei dem dritten Baum. Hier. Ganz genau hier unter diesem Baum hier. Einfach dann einsammeln. Und dann würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Video. Und dann würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Video.